Ich habe von Ashoka ein kleines Video gesehen, eine kleine Präsentation gesehen und ich habe sofort gedacht, ich muss hin. Ich bin dem Ashoka Support-Netzwerk, weil ich es total inspirierend und spannend finde, bei den Veranstaltungen dabei zu sein. Erleben, wie viele unterschiedliche, fantastische Ideen in Bewegung sind und wie wirkungsvoll sie sind. Ich fand den Spirit von den Menschen, von den Leuten unglaublich. Die Community ist eine sehr bunte Gemeinschaft und alle mit der Leidenschaft, Veränderungen voranzutreiben. Ich bin einerseits Rechtsanwalt, bin aber auch selbst Unternehmer. Ich bin Juristin, also deswegen hat mich immer die Freiheit der Gerechtigkeit und wie kann man das auch irgendwie politisch auch am besten, das System verändern und verbessern. Ich bin seit jeher viel als Berater unterwegs gewesen, auch zu einer Strategieberatung oder dann auch eine Umsetzung von der Strategie. Da helfe ich sehr gerne. Ich erreiche mit Ashoka, dass ich das Gefühl habe, ich kann wirklich was bewegen mit dem, was ich kann. Ashoka gibt mir wirklich ein tolles Gefühl, gibt mir das Gefühl, das Geld, was ich habe oder was ich jetzt gerade auch verdiene, sinnvoll einzusetzen. Ich lerne Herausforderungen kennen, über die ich vorher privat gar nicht nachgedacht habe. Bei mir sind wirklich Scheuklappen weggefallen und mir ist, oder ein Bewusstsein ist entstanden, was vorher nicht da war.